Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Fakten und die Wahrheit. Heute geht es um die Sphinx, die Statue eines Löwen mit einem Menschenkopf. Am bekanntesten ist die große Sphinx von Gizeh. Eines der größten Rätsel ist, wer hat die Nase der Sphinx abgebrochen. Unlängst hatte man mir geheimes Material unter lebensbedrohlichen Umständen zukommen lassen. In den folgenden Bildern zeige ich euch, wer die Nase der Sphinx abgebrochen hat. Ich lasse euch nun mit den Bildern alleine. In diesem Sinne, bleibt wachsam! Vielen Dank! Vielen Dank!